Hallo, ich bin Sir Matthias. Heute möchte ich meine Salamantra Salamantra füttern. Das sind meine rothorangen Feuer Salamantra. Eine sehr seltene Farbung. Mal schauen, ob sie Hunger haben. Ach, dass man schon eine unter der Wurzel versteckt. Und er schaut schon auf meine Pinzette und kommt auch gleich hervor. Immer sind diese sehr neugierig und immer aktiv. Sieht man sie im Terrarium umherlaufen. Und etwas Futterneid. Und deshalb fütter ich sie heute alle mit der Pinzette, damit auch jeder was abbekommt. Denn es sind vier Stück oder vier Tiere. Einer schöner wie der andere. Und sich schön zu beobachten. Wie sie alle warten, bis ihr etwas abbekommt. Je nachdem wie das Licht drauf scheint, sind sie fast rot. Also wunderschön gezeichnet. Sind bereits schon zwei Monate bei mir. Haben sie gut eingelebt. Also es passt völlig alles. Wir werden noch ungefähr nach einem Jahr geschlechtsreif. Jetzt gerade mal sechs Monate alt. Schaut mal das wunderschöne Gesicht. Diese ebenfalls kleine Kobolde nenne ich sie. Das ist lecker. Das schmeckt doch. Okay, das wollte ich euch heute nur zeigen. Bleibt dran. Ich lasse die Kammer noch weiterlaufen. Dann könnt ihr noch den Tieren beim Fressen zuschauen. Macht wirklich riesen Spaß. Wenn das Video gefallen hat, lass wieder ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018